Utthita-hasta-dvipharasvapada-prasaranasana ist eine Variation der Seitkrähe oder auch des Kibitzes oder Titiphasana. Du gibst die Oberschenkel auf die Oberarme und dann gibst du das linke Bein nach links, du beugst das rechte Knie stark und zeigst den rechten Fuß nach links. Diese Stellung macht die Arme stark, sie ist eine große Herausforderung für Gleichgewicht und Kraft in den Armen sowie auch in dem Bein, das gestreckt wird. Wenn du eine Seite ausreichend geübt hast, dann übe die andere Seite.